Eigenes Persona erstellen Personas sind Themes, welche das Aussehen Ihres Firefox-Browsers verändern. Es gibt im Internet bereits tausende Personas, aus denen Sie wählen können und täglich kommen weitere hinzu. Besonders praktisch ist aber, dass Sie sich auch eigene Personas zusammenstellen können. Wie Sie dies machen, erfahren Sie in diesem Video. Personas sind im Grunde nur ein oder zwei Bilder, mit welchen der obere und untere Teil des Firefox-Browsers hinterlegt wird. Wenn Sie das Persona nur privat verwenden möchten, können Sie selbst nachmessen, wie groß es sein muss. Um ganz sicher zu gehen, wird seitens der Mozilla Foundation eine Abmessung von 3000 x 200 Pixel empfohlen. Erstellen Sie ein solches Bild mit einem beliebigen Bildbearbeitungsprogramm wie Adobe Photoshop oder GIMP. Öffnen Sie Ihren Firefox-Browser mit dem noch tristen Aussehen und wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Add-ons an. Rechts oben können Sie nach Add-ons suchen. Geben Sie also Personas in das Suchfeld ein. Sie benötigen das Add-on mit dem Fuchs-Icon. Wenn Sie es gefunden haben, verwenden Sie ganz rechts die Schaltfläche Installieren. Im Anschluss muss der Browser neu gestartet werden. Nun finden Sie in der Add-on-Leiste, sofern Sie diese aktiviert haben, das Fuchs-Icon für das Personas-Add-on. Klicken Sie darauf und wählen Sie Persona anpassen und darin bearbeiten. Jetzt können Sie Ihr persönliches Persona erstellen, indem Sie diesem zunächst einen Namen geben. Anschließend klicken Sie auf die obere Schaltfläche Durchsuchen, um das Bild für die Kopfzeile auszuwählen. Wiederholen Sie dies für den Fußbereich, also für die Add-on-Leiste. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die Farben für Schrift und Akzente auszuwählen. Setzen Sie hier helle Farben ein, wenn Ihr Persona sehr dunkel ist. Bestätigen Sie zum Abschluss nur noch mit OK, um fortan mit Ihrem neu gestylten Browser surfen zu können. Vielen Dank. Vielen Dank.